Der Campingpark Münsterland in Sassenberg liegt direkt am malerischen Feldmarksee. Hier finden Sie Ruhe und Erholung vom Stress des Alltags mit den Leistungen eines Fünf-Sterne-Campingplatzes. Highlight ist sicherlich der Badespaß am schönen Sandstrand mit der besten Eisdiele weit und breit. Der See ist Luftlinie gerade mal 150 Meter vom Platz entfernt und verfügt über ein Strandbad mit Bademeister, Duschen, Toiletten und einem Kompressor für Schlauchboote und Luftmatratzen. Der Campingpark ist ganzjährig geöffnet und bietet neben selbst gemieteten Stellplätzen verschiedene, voll ausgestattete Mobilheime und Wohnwagen mit festem Vorzelt plus Küche und WC zur zeitweisen Anmietung. Für den vorhandenen Kurzzeit-Campingplatz gibt es einen freien WLAN-Anschluss. Moderne Sanitäranlagen bieten optimalen Komfort für Ihr Wohlbefinden. Frische Brötchen, die aktuelle Tageszeitung, Illustrierte und sonstige Lebensmittel für den täglichen Bedarf bekommen Sie im Laden neben dem Restaurant. Dieses bietet einen schönen Biergarten, eine außergewöhnliche Küche und wechselnde Saisonkarten mit Spargel, Pilzgerichten, Wild und weiterem. Das Salatdressing ist unerreicht und ein Geheimnis. Ihre Kinder können Sie bedenkenlos auf dem Spielplatz toben lassen. Weitere Angebote für die Kleinen sind ein Streichelzoo, regelmäßiges Kinderbingo sowie verschiedene Veranstaltungen wie das Sommerfest, Kinderspiele und Tagesausflüge. Es gibt auch einen Bolzplatz, einen Beachvolleyballplatz und Tischtennismöglichkeiten. Das Münsterland bietet sich durch seine Flachlandschaft natürlich für Fahrradtouren geradezu an. Ob zum Beispiel zu Austermannshof, nach Warendorf oder zum Schloss Harkotten in Füchdorf. Im Münsterland gibt es insgesamt ca. 4.500 Kilometer ausgeschilderte Radwege. Wanderangebote und Tagesausflüge runden das gebotene Programm ab. Verschiedene Jahreshighlights rund um den Feldmarksee sind das Sautrogrennen, das Schützenfest, das Lichterfest an Halloween und natürlich der Sassenberger Triathlon. In der näheren Umgebung bieten sich noch Zoobesuche in Münster und Osnabrück an oder ein Besuch der berühmten Hengstparade in Warendorf. Neben den Touristenplätzen für Wohnmobile, die mit 16 Ampere ausgestattet sind, gibt es ein eigenes Gelände für Jugend- und Freizeitgruppen. Besuchen Sie uns und lernen Sie das schöne Münsterland kennen. Wir freuen uns auf Sie und auf Ihre Familie. Musik 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 Vielen Dank.